Musik Hier haben wir einen echten Europameister und einen richtigen Geheimtipp. Ein Bier aus Roggen und Weiz. Obergärige Brauart mit vier unterschiedlichen Braumalzen. Dieses Bier hat einen ganz besonderen Charakter. Das heißt, es hat Töne von Holznoten, von Vanille. Auf der anderen Seite ein sehr fruchtiges Duftspiel. Ein bisschen von Bananen, rote Früchte, etwas Gewürznelge drin. Mit diesem Geschmack von den Münchner Malzen, mit dem leichten Biskuitgeschmacks darunter, bildet sich ein unwahrscheinlich komplexes Gaumenspiel. Und das ist eine besonders würzige Kombination, die auf der einen Seite sehr vollmundig ist, auf der anderen Seite über die Fruchtigkeit auch sehr erfrischend. Roggenweizen und gutes Käsebuffet dazu. Das ist das absolute Genusserlebnis auf jeder Party.